Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. So, hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Heute präsentieren wir euch die neuen Schnellzugwagen der italienischen Staatsbahn im Liberia Rosso Vegato. Wir hatten ja schon drei da, sechs haben wir noch dazu gekauft. Jetzt ist es ein neuen Wagenzug. Dieser neuen Wagenzug wird durch Deutschland gezogen mit unserer Bügelfalten kobaltblauen 110. Ich denke mal, so ein Zug könnte man an der Rheinstrecke gesehen haben. Könnte ich mir vorstellen, so Richtung von Basel in Richtung Köln Dortmund müsste so etwas mal zu sehen gewesen sein. Viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen, viel Spaß, ciao. Vielen Dank. 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 Ich hoffe,